Frau Mustroff, in einer Stunde geht es los. Wie fühlen Sie sich? Ich bin unglaublich stolz. Ich durfte gerade die ersten Gäste durch mein Center führen, durch das Palaisfest führen. Das war ein unglaubliches Gefühl nach der heftigen Zeit in den letzten Tagen. Das ist großartig. Was werden jetzt in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren Ihre Aufgaben sein? Also es ist meine Aufgabe, mich um das Wohl unserer Gäste zu kümmern. Das ist erstmal das Allerwichtigste. Natürlich auch um das Wohl der Mieter, denn die sind für unsere Gäste da und eben alles zu koordinieren und es unseren Gästen und unseren Mietern auch wirklich so angenehm und schön wie möglich zu machen. Immer wieder an Innovationen zu arbeiten, die das Center nach vorne bringen, weitere Services zu implementieren, das ist für mich ganz besonders wichtig. Natürlich aber auch die Zusammenarbeit mit der Stadt Recklinghausen, denn Palaisfest ist doch ein recht ordentlicher Teil der Stadt Recklinghausen und es ist auch unser Ziel, die Stadt wieder weiter nach vorne zu bringen und auch die Innenstadt zu beleben. Und ich bin mir sicher, mit unseren fünf Ein- bzw. Ausgängen Richtung Innenstadt wird uns das mit Sicherheit auch gelingen. Danke.